Die Sanssouci Servicegesellschaft freut sich Ihnen in allen Bereichen der Gebäudereinigung und als Hausmeister zur Seite zu stehen. Wie in den meisten anderen traditionellen Gebäudereinigungsunternehmen gehört auch bei uns die Glasreinigung zu den grundlegenden und am längsten bestehenden Bereichen. Gerade hier ist es dringend erforderlich, gut ausgebildete Mitarbeiter mit der Durchführung zu beauftragen, da die Glasreinigung ein hohes Maß an handwerklichem Können und Geschick voraussetzt. Wir bieten Sonderreinigungen zur normalen Gebäudereinigung, Handwerkerleistungen über den Dienst als Hausmeister hinaus und einen besonderen Winterdienst an. Was Sie auch benötigen, wir versuchen es möglich zu machen, denn Sie als Kunde stehen bei uns in Berlin im Mittelpunkt. Wenn Sie sich für unsere Serviceleistungen interessieren, sprechen Sie uns gerne an. Hausmeister und Gebäudereinigung in Berlin und Brandenburg, Sanssouci Servicegesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017